Das heißt die Beinpresse. Bei der Beinpresse habt ihr verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für die Rückenlehne. Ihr könnt das hier aushaken. Ihr könnt das so weit zurückstellen, dass ihr eher in einer individuellen Position seid. Oder wenn ihr nur in einer sitzenden Position, dass ihr das machen möchtet. Stellt euch das hier nach hinten ein Stückchen höher. Dann habt ihr hier einen Leer, wo ihr den Sitztor und den Rück haben könnt. Das letzte Teile ist bereit. Und ihr solltet hier in etwa einen rechten Winkel haben. Das bedeutet, ich brauche das Ganze jetzt einfach ein Stückchen nach vorne. Stellt die Füße in etwa hüftbreit auf. Hier könnt ihr euch an der Seite festhalten. Da drückt ihr das Gewicht nach vorne weg. So weit das Bein gleich läuft. Das bedeutet, es bleibt immer etwas schwanger im Knie. Lenk. Und dann geht ihr das Ganze in einer kurzen Bewegung. Wir gehen wieder zurück. Die Füße in dieser Zeit. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Das ist nicht so schlimm. Ich bin aus dem Knie. Und dann übersiert er auch so raus. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Ja, ich bin in der Mitte. Wir gehen und liege auf.